Oh yeah. Das macht mich hier schon irre. Hör auf damit! Stopp das! Nein. Dump at least three of Gordon's expensive cars in the water. Äh, in water. Escape vehicle. Meine Position. Main Garage. Okay, das heißt, hier sind wahrscheinlich alle irgendwo angeschlossen. Drei Stück. At least three. Mindestens drei. Ich denke, das hier könnte eine gute Sprungschanze sein. Um die vielleicht ins Wasser reinrollen zu lassen. Kann man das irgendwie... Nein. Junge, wat ne geile Hütte alleine, ey. Okay, das funktioniert so. Okay, also wir brauchen drei Stück. Eins, zwei, drei. Das sind die drei nächsten. Junge, wat ne Bude, alter. Hier, Traumschiff Haus. What the fuck? So, wie kommt man denn da hin? Das ist die Rennstrecke, dann können wir hier hochfahren, glaube ich. Das probieren wir mal aus, weil das funktioniert ja hier. Ich will mal immer versuchen. Toll. Loll Okay, wir brauchen nur noch zwei Loll Nice Das ist, glaube ich, ziemlich nice Weil das kriegen wir hin Der ist nämlich nicht Der ist nirgendwo angestöpselt Können wir auf einen LKW laden Ist ja egal Also, dann können wir gleich Warte, ich hol den LKW so Junge, geht ihr ab? Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache Wie ich das Ding da runterkriege Aber Aber ja Meinst du, man kann einfach Reifen dran machen? Ah, es geht nur einmal so und einmal so Okay Hier liegen leider nur zwei Reifen Was? Was? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das dürfte safe funktionieren. Das wird's für heute. 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 Okay, das geht's auf jeden Fall nicht. Oh, jetzt ist das Game gerade ausgegangen beim Quickload. Ach du Scheiße. Oh nein. Nein! Nein! In diesem LKW fahre ich jetzt in die Garage und lasse das andere Auto auf den LKW. Ich hab' nicht gesagt, dass der Plan perfekt durchdacht ist. Okay, ich muss das Auto auf das andere Auto auf dem LKW stellen. Das war ganz logisch. Ha, 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 ha! Das war's für heute. Ja, jetzt hängt das... Komm' ich jetzt mit. Das war' ich jetzt mit. Das war's für heute. Das war's für heute. Und ich versuche das Auto auf den LKW. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin mir sicher, dass das auch funktioniert. Und den Sound, lasse ich mich nicht nehmen. So, dann haben wir ihn hier. Das macht halt so viel Spaß, ey. So, eine ist noch, required. Ich würde sagen, bevor uns die Mission wieder abstürzt, machen wir jetzt einfach hier fertig. Das war so nicht geplant.